da haben wir ja die stein mietze die stein mietze so dann würde ich doch mal zu dir sagen wir brauchen hier einen stein mietz 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 so du verkaufst uns wieder werkzeug dann würde ich da einen kleinen weg hinsetzen so das müsste schon reichen gut wenn man da später vielleicht noch einen daneben hauen ach komm mal gleich jetzt bilanz technisch nicht ganz so geil aber wir machen das jetzt einfach ich hätte es natürlich auch versetzt machen können das war vielleicht auch nicht so clever aber es ist jetzt halt so wir machen ja heute einige sachen die nicht ganz so klinik ressourcen dieser insel sind er konnte sie ist für die tonne und dann würden wir noch zu der insel da gibt es wahrscheinlich wieder reiche eisenherz vorkommen noch witzig wenn das bei wo war es hier war sie ja da ist plötzlich was hier irgendeine insel wo es reiche eisenherz eisenherz vorkommen gab die gar nicht angezeigt wurden ja aber ich glaube das war die und inzwischen wird angezeigt okay aber wie gesagt so vom weg her ich glaube die am besten könnte hier oben hinsetzen eigentlich mein kontor wenn dann komme ich auch an die dinge heran oder in der mitte dazwischen dann kann man die wege nämlich wirklich schön dazwischen haben und den dingern könnte ich den marktplatz wenn ich dann wahrscheinlich dahin tun die ressourcen dieser insel sind erkundet wunderbar okay dann wissen wir das alles entschuldigung bitte dann wissen wir das always und diesmal wieder nach hause so piraten haben wir in dieser insel nicht aber das bedeutet nicht dass nicht doch piraten hierher kommen und da oben haben wir tabak und zuckerrohr zuckerrohr finde ich ein bisschen schade wenn wir dann verarbeitenden betrieb brauchen aber auf der anderen seite halb so wird ich glaube es gibt eh mehr alkohol dann ja ihr könnt euch ein bisschen austoben könnten jetzt natürlich in der theorie schon gleich dicht bauen ja den würde ich ja dann so machen so würde ich denn machen genau dann könnte mal in der theorie an die schule hin bauen irgendwo da zum beispiel da würde auch alle abdecken oder man könnte sie nee da war nicht okay wie gesagt vom layout wieder ein bisschen dämlich gewesen aber was soll's wir kommen schon durch und wie gesagt mehr als die brauche ja eigentlich auch nicht wie gesagt steuernahmen sind positiv dingerns ist positiv alles ist eigentlich positiv in unserer welt so wir pepeln langsam unsere finanzen halt wieder auf so peu a peu erstmal brauchen wir da nicht so viel mehr wir müssen halt daran denken dass wir diese insel uns krallen wollen uns ein bisschen umgeschaut haben wir schon das bedeutet eigentlich dass wir jetzt wirklich gar nicht groß viel machen müssen außer ein bisschen die finanzen aufpepeln das würde ich auch tun eigentlich und ich hoffe einfach dass die anderen mitstreiter so lange ein bisschen die füße still halten haben die schon ein wirtshaus ich sehe gerade kein die haben einen steinbruch aber wirtshaus haben sie nicht und eine schule haben sie auch nicht okay und bei euch sieht es doch ähnlich aus ne ich meine das kann sich natürlich jederzeit ändern aber erstmal nicht gut dann würde ich das nämlich auch erstmal ein bisschen auf sich beruhen lassen und einfach noch ein bisschen geld machen für für den hintergrund weil wir da oben halt geld brauchen werden weil da werden wir erstmal massiven vorleistung gehen und ja also da wird man wirklich auf massiven vorleistung gehen wir brauchen ungefähr was brauchen wir brauchen wie viel werkzeug brauchen wir eigentlich wir brauchen sechs mal zwei werkzeug zwölf werkzeug brauchen wir und dann brauchen wir ja noch werkzeug für den kontor da müsste ich nochmal kurz gucken was mich ein kontor kostet so was kostet ein kontor ein kontor kostet auch drei das heißt 15 werkzeug brauchen wir schon mal ok 15 werkzeug ich meine das können wir eigentlich gleich mal machen wir gehen halt hier auf 20 was soll das so drückt man preis ein bisschen aber wie gesagt ich würde es ganz gerne ein bisschen laufen lassen oder machen wir vielleicht sogar 25 einfach damit wir einen kleinen puffer haben wie gesagt ich würde es gerne ein bisschen laufen lassen einfach damit wir ein bisschen das geld aufpäppeln so das wären 1500 die dann verschwinden genau so und jetzt müssen wir halt wirklich einfach laufen lassen so das heißt ich gehe jetzt hier auf einkauf und bei einkauf sage ich jetzt halt 10 tonnen wieder so dann hätten wir genau die 15 die wir bräuchten könnten wir in der theorie eigentlich auch gleich aufs schiff laden das würde ich allerdings ungern machen weil wie gesagt ich denke ich werde jetzt hier den spaß ein bisschen laufen lassen davor speichern wir natürlich ähm wir speichern und wir nennen den spaß neue entdeckungen 1 könnte man auch in e1 nennen oder ach komm jetzt haben wir es schon getippt ähm spielstand gespeichert und jetzt lassen wir ein bisschen laufen ich muss noch kurz ein Auge drauf haben Lebensmittel haben wir genug Stoffe haben wir genug Holz haben wir genug das heißt das läuft erstmal da ist Lager voll das ist ja Steine haben wir auch wie gesagt ich würde es wirklich jetzt ganz gerne ein bisschen laufen lassen ähm wir können ja nochmal im Handbuch gucken was denn das beschleunigen war also ich erwarte grad nichts eigentlich erwarte grad wirklich nichts dramatisches ein Feuer vielleicht ein Feuer ja ein Feuer dafür sollte ich vielleicht eine Feuerwehr hinsetzen ah ja eine Feuerwehr ist ja jetzt ein bisschen doof muss ich sagen na gut dann machen wir das halt so machen wir das halt wirklich so ne das geht ja gar nicht ja das doofe an dieser Feuerwehr ist jetzt halt grad ähm ich komm von der einen Seite nicht auf die andere es sei denn ich mach das wieder gäckig so so dann machen wir das doch so ja ah ne das geht ja gar nicht äh 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 okay weil es geht nicht weil hier der Bereich aufhört so so ich versuche nochmal kurz mir ein bisschen ein Bild zu machen ja das könnte ich machen könnte ich da oben die Kirche hinsetzen also wir könnten die Kapelle umziehen wir könnten hier sagen hallo Kapelle du bist jetzt da dann hätten wir theoretisch auch alle im Einzug könnten die eine Kapelle weg machen also ne das ist eigentlich doof dann würde ich dich da hinsetzen oder dann ändere ich nichts also Mitte wäre echt doof oder wir machen das so warte mal die wäre nicht mehr innerhalb und so wäre sie wieder innerhalb und so würde ich glaube fast alle auch mit eindecken das heißt die wollen ja wieder Werkzeug wegnehmen aber sie geben ja Steuern und das Wirtshaus können wir ja trotzdem direkt daneben machen dann wird es halt mit der Schule ein bisschen komplizierter so warte mal dann hätten wir hier das Wirtshaus direkt daneben die Schule können wir eigentlich dahin machen ja ich denke das probieren wir mal dann können wir da nämlich eine Straße hinsetzen und dann können wir irgendwo noch eine Feuerwehr hinhauen so kann ich die mal so sagen genau und dann könnte ich hier dich abbeißen können wir hier einen Weg durch machen dann können wir da oben eine Feuerwehr hin beziehungsweise eigentlich hier ja dann wird das mit dem Wirtshaus wieder doof ja die Feuerwehr können wir da hin Feuerwehr der Einzugsbereich von der Feuerwehr ist relativ groß würde ich die Feuerwehr echt dahin tun dann können wir hier die Steine ein bisschen verbessern ja die Straßen nicht die Steine so auf der anderen Seite geht es weiter wunderbar wir können mal drehen okay das passt wunderbar und dann würde ich bei Gelegenheit die Straße da vorne auch noch ein bisschen aufbessern da ist auch noch alles toll das heißt wir haben noch ein paar mehr Steuereinnahmen das ist auch super so Entschuldigung bitte ja wie gesagt dann wärs das eigentlich dann brauchen wir da jetzt eigentlich wirklich gar nicht mehr groß irgendwas sondern wir warten einfach nur jetzt mir wieder ein bisschen Geld haben das mache ich natürlich ohne euch denke ich ja gut also wir werden hier die Straße noch mal ein bisschen rein ziehen so hol ich mir vielleicht sinnvollerweise mal ein Zettel einen kleinen Zettel wie gesagt die Straße würde man hier lang ziehen und schule einfach nur für die Zukunftsplanung würde gehen würde fast gehen also ganz bescheuert ist es nicht der eine da unten ist noch ein bisschen weiter weg könnte man so machen Schule könnte man dahintun würde echt gehen so so Lebensmittel brauchen sie ja natürlich Stoffe brauchen sie auch deswegen lasse ich die Wetter laufen Holz brauchen sie eigentlich an und für sich eher nicht so und da oben können wir steinern machen wir trotzdem erstmal so na gut eigentlich haben wir das hier machen können aber äh Pupsi echt Pupsi so ähm würde ich da sagen und da der eine hätte gereicht aber wie auch immer und den Rest machen wir halt später gut also wie gesagt ich würde jetzt einfach wirklich das Spiel ein bisschen laufen lassen ich mache gerade eine positive Bilanz von etwa ja 100 Talern 100 Goldstücke 100 was auch immer 100 Währungseinheit und da würde ich dann fast sagen wir lassen das jetzt ein bisschen laufen die mittleren Katastrophen die müsste ich abgewendet haben wie gesagt was halt passieren kann ist dass ähm die anderen die anderen Mitspieler da der ja Enthusiasmus packt aber momentan haben die noch nicht mal nein momentan haben die selber noch nicht mal eine Kneipe oder ein Wirtshaus oder wie auch immer und deswegen würde ich mich eigentlich darauf verlassen dass die sich nicht wesentlich rasant schneller entwickeln als ich beziehungsweise dass das Spiel so ein gewisses Balancing hat ähm beziehungsweise dass die Leute selber eigentlich nicht wirklich was auf die Reihe kriegen weil den da möchte ich mir echt krallen das finde ich einen guten Plan das finde ich einen guten Plan das ist einfach ähm hier diese Insel sich zu krallen bevor ich das allerdings mache brauche ich hier ein bisschen mehr Finanzen deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle verabscheue ich mich genau ja eigentlich wollte ich die Straße hier mit euch noch fertig bauen das wollte ich echt noch gerne machen Jo gut äh wie auch immer komm wir ziehen dann jetzt da halt bis hier hoch oder von hier oben nach unten also eigentlich die 3 der ist nicht wichtig ob der Stein ist oder nicht 1 2 3 dann gibt es hier halt noch eine Lücke das juckt ja auch nicht wirklich das ist für die Feuerwehr das ist für die Produktion und die anderen beiden die kriegen wir jetzt eh gleich und dann haben wir es fertig und dann würde ich mich wirklich von euch verabschieden und sagen hey Jungs wir sehen uns dann wieder wenn ich ungefähr 15 bis 20 habe also 1000 ähm dann kann man nämlich einfach wirklich unser kleines Projekt da oben starten und wie gesagt das schöne an Anno ist das kann man auch wirklich machen man kann es einfach wirklich unbeaufsichtigt wenn man für die Grundversorgung gesorgt hat kann es wirklich unbeaufsichtigt Spielstand gespeichert ein bisschen vor sich hin laufen lassen gelegentlich vorbeikommen und checken aber ansonsten wie gesagt kann man es unbeaufsichtigt vor sich hin wackeln lassen und so wie das momentan aussieht brauche ich ja gar keine großen Dinge irgendwie nö eigentlich nicht so in diesem Sinne bedanke ich mich dann erstmal für die Aufmerksamkeit ich wünsche euch eine tolle Zeit die Aufnahmeernung für sich lasse ich natürlich weiterlaufen falls irgendwas zwischendrin schief geht passiert oder was auch immer damit ich da die lustigen Szenen noch habe ansonsten wie gesagt eine tolle Zeit wir sehen uns dann wieder wenn ich wieder ein bisschen mehr Geld habe bis dahin ciao mit V oder so ein Mitspieler erweitert seine Ländereien eine neue Siedlung wurde gegründet 1 2 1 2 1 und